Eingebettet inmitten der majestätischen italienischen Alpen versprühte das Dorf Innichen einen zeitlosen Charme. Seine malerischen Gassen, geschmückt mit Blumenkästen und gepflasterten Wegen, flüsterten Geschichten von einer friedlichen Vergangenheit. Doch in einer kalten, unversöhnlichen Nacht wurde die Stille Innicens zerschmettert und seine Unschuld für immer gezeichnet. Die Dunkelheit, die sich in dieser Nacht über das Dorf legte, war anders. Sie trug eine schwere, eine Vorahnung, die bis ins Mark fröstelte. Die idyllische Fassade Innicens war zerbrochen und enthüllte die Dunkelheit, die unter der Oberfläche lauerte. Es war die Nacht, in der das Böse an ihre Tür klopfte. Ein durchdringender Schrei zerriss die Stille. Scharf und plötzlich. Es folgte ein weiterer, dann noch einer. Jeder Schrei verzweifelter als der letzte. Das Geräusch, so fremd in ihrem friedlichen Hafen, riss die Dorfbewohner aus dem Schlaf. Fenster flogen auf und warfen flackernde Lichtquadrate auf die menschenleeren Straßen. Schüsse. Zwei, kurz hintereinander. Das Blaulicht der Polizeiwagen durchschnitt die Dunkelheit und warf groteske Schatten, die auf den Mauern der alten Gebäude tanzten. Die Nachricht verbreitete sich wie ein Lauffeuer, getragen von Flüstererzählungen voller Entsetzen und Unglaube. Das idyllische Refugium, das sie gekannt hatten, war verschwunden, ersetzt durch eine erschreckende Realität. Waltraud Juth, eine Frau, die für ihre sanfte Art und ihr warmes Lächeln bekannt war, wurde das erste Opfer. Sie war eine Säule der Gemeinschaft, immer bereit, anderen zu helfen und ihre Zeit zu schenken. Ihr Leben, das sie der Pflege ihrer alternden Mutter und ihrem geliebten Garten gewidmet hatte, wurde im Treppenhaus ihres Wohnhauses brutal ausgelöscht. Der Garten, den sie so liebevoll gepflegt hatte, stand nun still und verlassen. Hermann Kübacher, eine Stütze der Gemeinde, fand sein Ende im Schutz seines eigenen Heims. Er war bekannt für seine Weisheit und seine Geschichten aus vergangenen Zeiten. Als Veteran des Zweiten Weltkriegs hatte er die Gräueltaten, zu denen Menschen fähig sind, aus erster Hand miterlebt. Trotz seiner Erfahrungen blieb er ein Symbol der Hoffnung und des Mutes für viele. Sein Mord jagte Schockwellen durch das Dorf und hinterließ eine nicht zu füllende Lücke. Die Menschen versammelten sich, um zu trauern und sich gegenseitig Trost zu spenden. Die Abwesenheit von Waltraud und Hermann riss eine klaffende Wunde in das Herz von Innichen. Ihre Erinnerungen lebten in den Geschichten und Herzen der Dorfbewohner weiter. Der Lebensnerv des Dorfes, die Essenz ihrer Gemeinschaft, war ihnen entrissen worden. Die Straßen, einst erfüllt von Lachen und Gesprächen, waren nun still und traurig. Sie waren Freunde, Nachbarn, Vertraute, sie waren Inniche. Ihr Verlust war nicht nur ein persönlicher, sondern ein kollektiver Schmerz, der die Gemeinschaft für immer veränderte. Ewald Kübacher, Hermanns Sohn, geriet unter dringenden Tatverdacht. Ein Eigenbrötler, der schon immer ein Rätsel geblieben war. Eine schattenhafte Gestalt, die am Rande des Dorflebens lauerte. Gerüchte folgten ihm wie ein Leichentuch. Gerüchte über seltsames Verhalten und beunruhigende Äußerungen. Ewald war schon immer anders gewesen, schon als Kind. Die Dorfbewohner sprachen oft davon, ihn spät in der Nacht gesehen zu haben. Eine einsame Gestalt vor den Flammen eines Lagerfeuers. Der Doppelmord löste im Dorf Entsetzen aus. Doch für diejenigen, die Ewald kannten, dämmerte eine schreckliche Erkenntnis, konnte der stille, sonderbare Mann, den sie kannten, zu einer so abscheulichen Tat fähig sein. Die Ruhe Inichens war zerstört, ersetzt durch eine beunruhigende Stille. Gespräche, die einst von Lachen und unbeschwertem Geplauder erfüllt waren, verliefen nun gedämpft, unterbrochen von nervösen Blicken und gedämpften Tönen. Die Angst wandte sich wie eine giftige Schlange um ihre Herzen, schnürte ihnen die Kehle zu und raubte ihnen den Seelenfrieden. Gerüchte über die Morde folgten ihnen wie Schatten, verbreiteten sich in den engen Gassen und fraßen sich in das Leben der Menschen. Das Vertrauen der Grundstein ihrer Gemeinschaft war unwiderruflich erschüttert. Die malerischen Gassen Inichens, einst voller Leben, waren nun gespenstisch verlassen. Angst, wie eine ansteckende Krankheit, breitete sich in den gepflasterten Gassen aus und infizierte jeden Winkel ihrer einst friedlichen Existenz. Türen, die einst unverschlossen blieben, waren nun verriegelt und mit schweren Stangen und Ketten verstärkt. Das Gemeinschaftsgefühl, der Geist der Zusammengehörigkeit, der Innichen über Generationen hinweg geprägt hatte, war verschwunden und hinterließ eine beklemmende Leere. Sie waren Fremde in ihrem eigenen Dorf, verfolgt vom Gespenst der Gewalt. Die Luft in Inichen war dick von Trauer, eine greifbare Schwere, die sich wie ein Leichentuch über das Dorf legte. Jeder Atemzug schien schwerer als der letzte, als ob die Trauer selbst die Luft verdunkelte und die Herzen der Menschen beschwerte. Die Dorfbewohner gingen wie benommen durch ihren Alltag, ihre Gesichter gezeichnet von Trauer und Unglaube. Es war, als ob die Zeit selbst langsam verging. Jeder Schritt ein mühsamer Akt des Weiterlebens in einer Welt, die sich unwirklich anfühlte. Das rhythmische Läuten der Kirchenglocke, einst eine tröstliche Erinnerung an den vorhersehbaren Rhythmus des Lebens, halte nun in einem traurigen Takt wieder. Jeder Schlag der Glocke schien die Stille zu durchbrechen und die allgegenwärtige Trauer zu verstärken. Man traf sich in gedämpfter Runde und tauschte Erinnerungen an Waltraud und Hermann aus, ihre Worte ein schwacher Versuch, an der schwindenden Wärme ihrer Präsenz festzuhalten. Die Geschichten, die sie erzählten, waren wie Fäden, die das Gewebe der Gemeinschaft zusammenhielten, auch wenn es sich anfühlte, als ob es zu zerreißen drohte. Jede Ecke barg eine Erinnerung. Jede gepflasterte Straße erinnerte an die Leben, die mit dem ihren verwoben gewesen waren. Die Gassen und Plätze des Dorfes erzählten Geschichten von vergangenen Zeiten, von Lachen und Freude, die nun wie ferne Echos klangen. Die Mühlen der Justiz malten langsam und kämpften gegen die Last der Trauer und des Unglaubens, die Innigen bedeckte. Die Menschen in der Stadt waren von der Schwere der Ereignisse überwältigt und die Suche nach der Wahrheit schien endlos. Die Ermittlungen, geleitet von einem erfahrenen Kommissar, drangen in die labyrinthischen Gänge von Ewalds Psyche ein und suchten nach Antworten auf eine Frage, die unbeantwortbar schien. Jeder Hinweis, jede Spur wurde akribisch verfolgt, in der Hoffnung, das Rätsel zu lösen. Die Beweislast gegen Ewald wurde immer größer. Jedes Teil fügte sich zu einem vernichtenden Bild der Schuld zusammen. Die forensischen Beweise, die Zeugenaussagen und die Indizien ließen keinen Zweifel an seiner Schuld. Der Prozess, als er schließlich begann, war ein Medienrummel. Die Augen der Welt waren auf ihr kleines Dorf gerichtet. Reporter aus nah und fern kamen, um über den Fall zu berichten und die Spannung war greifbar. Die Dorfbewohner, ihre Gesichter gezeichnet von einer Mischung aus Trauer, Wut und dem verzweifelten Bedürfnis nach einem Abschluss, sahen zu, wie die Gerechtigkeit ihren Lauf nahm. Sie hofften, dass das Urteil ihnen Frieden bringen würde. Ewald Kübacher wurde für schuldig befunden und zu lebenslanger Haft verurteilt. Das Urteil brachte eine gewisse Erleichterung, doch die Narben der Ereignisse würden noch lange bleiben. Die Narben jener schicksalhaften Nacht waren tief eingebrannt in die Seele Inichens. Die Zeit, die große Heilerin, begann ihr langsames, mühsames Werk. Das Lachen der Kinder kehrte in die gepflasterten Gassen zurück, zunächst zögerlich, dann mit jedem Tag stärker werdend. Die Dorfbewohner, vereint in ihrem gemeinsamen Verlust, begannen den langsamen Prozess des Wiederaufbaus ihrer zerstörten Leben. Zum Gedenken an Waltraud und Hermann wurden Denkmäler errichtet, die sicherstellten, dass ihr Leben nie vergessen werden würde. Das jährliche Dorffest, einst ein fröhliches Fest, trug nun einen bittersüßen Unterton, eine Zeit der Erinnerung und der Freude zugleich. Jahre vergingen, Jahreszeiten wechselten. Das Leben in Innichen ging weiter. Die physischen Narben jener schicksalhaften Nacht verblassten, die Einschusslöcher wurden repariert, die Blutflecken weggeschrubbt. Doch die seelischen Narben, die unsichtbaren Wunden, die tief gingen, blieben. Die Dorfbewohner, für immer gezeichnet von der Tragödie, führten ihr Leben weiter. Doch über ihrem Dorf hing eine spürbare Stille. Sie lebten mit dem Wissen, dass manche Wunden nie ganz heilen, dass manche Narben nie ganz verschwinden. Das Dorf Innichen, einst ein Symbol für Ruhe und Scham, war nun eine ernste Erinnerung an die Zerbrechlichkeit des Friedens und die nachhaltige Kraft.